Als gebürtiger Europäer bin ich natürlich eher mit der Formel 1 verbunden. Es ist mir immer noch ein Rätsel, wie man bei NASCAR-Rennen... Nee, ist egal. Nee, es passt. Es hat durchaus seine Berechtigung. In Charlotte gibt es seit kurzem ein NASCAR-Museum. Und da gehe ich jetzt rein. Weil ganz ehrlich, das geilste Auto, was es je gab, ist einfach. Ihr wisst es. Lightning McQueen. Und der steht hier drin. Gucken wir uns jetzt an, oder? Kommt mit. Got this far-lipped over it, since then I am in everything you want. Everything's gone for you, everyone. We try to rest it. Joey Logano, he surges ahead. And he has the momentum. Oh, Harvick in the wall. Hard in the wall for Kevin Harvick. Right side. Hold your line, hold your line, hold your line, hold your line. And they were racing so aggressively. Night Live. A lot. A lot. A lot. A lot. I can't believe we're racing. крутhin'. Das ist schon beeindruckend, ich bin gespannt, ich darf da noch fahren in meinem NASCAR Simulator. Das ist ja... Oh, no, 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 no... Oh, no, 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 no... Oh, no, 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 no Oh, I keep on hanging around my own alltä socialist feelings Bare Росс pear,reas Yeah All my bones are dislocated I just keep on wandering along With this opportunity, you can see a few other videos from me Subscribe to my channel and like this video It will be very fun! I'll see you next time! I'll see you next time!